Take a war, let's cut her. Und... Komm, lass es der Plan sein, um die Tür da hinten aufzumachen. Ja, lauf rum. Ah... Ach ja. Excavate a tunnel through the granite to the granite to the granite to excavate a tunnel. Das heißt, egal, ihr könnt euch das wieder durchlesen. Falls ihr das lesen wollt, eben auf Pause drücken. Mich interessiert es eigentlich nicht so wirklich. Nur der Anfang. Äh... Noch was? Ne. Ah, ich muss es liegen lassen. Da... kann ich auch rein? Hier, das ist... There must be blocked up passage. Oder it. Kann ich endlich mal Kamenrieren lesen? Ich glaube, ich habe herausgefunden, wie wir die Abkannis-Gate erreichen können. Ich glaube, ich habe auch. Warte, warte, der Tunnel ist weg. Also erst muss ich dieses Obstacle aufbauen. Und um das zu tun, muss ich eine Art Perforating-Maschine wiederentwickeln. Ich habe einen Text von Jeremy Morton darüber gefunden. Aber das Beryl... Ich habe das Gefühl, dass es schlecht verletzt wird. Vielleicht gibt es eine Spare-Maschine. Oder irgendeine Art für eine andere Art. Okay, lass mich mal schauen. Ich habe das Gefühl, dass ich das tun habe. Ich muss noch eine Energie-Energie-Source. Das ist nicht das Text von Jeremy? Oh, es ist... Wait. Er spricht über... ...ein der Leitungen. Wow. Sieht du, dass du Spaß hast. Aber warum hat der Tunnel den Tunnel muss sich geblieben? In Alan's Diary, ich habe gehört, dass es Howard, der Twins' Vater, der Walled-It war. Tod oder lebend. Dieser Mann kann nicht in meinen Weg stoppen. Ich verstehe das nicht. Ich werde es später erklären. Bevor ich noch irgendwas mache. Geht es hier rein? Ja. Es sind so viele Wege. So viele Wege. Und ich habe keine Ahnung wo ich lang muss. Oh Mediket. 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 Entschalten? Ne. Ich hoffe es lockt. Sealed up. Ja. Gut. 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 Schon mal wieder einen Weg weniger. Ich glaube ich bin der einzige Mensch das sich immer sofort freut. Aber je weniger Wege frei sind desto seltener muss ich dahin. Oder eigentlich muss ich gar nicht dahin. Es sind ja einfach nur Dekoräume. Wird das denn? Alter. Box of Rockets. Oh. Super. Das nenne ich mal schön Moni sammeln hier. Aha. Und hier war das dann. Schön dass ich da nicht hinleuchten kann. Ja und schön wie das Licht hier. Ich reg mich hier mal über das Spiel auf. Kann man da schon für. Da da da. Da 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 da. Oh la la. Ich gehe einfach mal ein Stück nach oben. Vielleicht kann ich da ins Loch leuchten. Ich habe das bestimmt wieder nicht mit. Digital. An. Ah. Ich probiere. Mich hier nochmal durch. I can't make out what's behind this wall. Ja. Das bringt gar nichts. Und hier ist Balgen. Der irgendwie diese Wand hier abstützt. Komm. Sollten wir der Balgen muss weg. Natürlich muss er nicht weg. Aha. Hier durch die Mitte bin ich auch noch nicht gegangen. Ich bin hier in der Mitte von dem Raum. Ach. Dann kommt man hier raus. Ah. Okay. Gut zu wissen. Aber die jetzt wieder Knieptänger anfangen soll. Dann weiß ich trotzdem nicht. Äh. Bin ich da schon hoch gegangen? Ich glaube nicht. Waren nicht hier die Hundis? Na klar. Sicher. Ah. Geh doch hoch. Ich habe doch nicht alle daran verballert oder? Komm. Schieß. Oh. Da war doch ein Dritter eigentlich. Wo ist der Dritte denn? Oh. Genau. Da ist er. Jetzt darf ich schon wieder ein Erste-Hilfe-Kit nehmen. So. Damit ich schon mal ein bisschen geheilt bin. Ähm. Nimm. 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 Scheiße. Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt was es war. Object. Black Metallic Card. Mold. Sag mal. Metal. Äh. Was? Metal Two Pieces Mold. Was macht man damit sowas? Oh Mann. Ganz ehrlich. Ich habe keinen Plan. Äh. Hö-hö? Kein Schimmer? Oder ist er? Nein. Oder? Ah. Ich probier mal wieder durch. Irgendwie klappt das immer. Probieren Was ist da noch mal drin? Chester, sing Shot by a Shane Shot by a Shane Da muss ich Objekts Use Schade Habe ich oben blaue Balken? Kann das sein? Wollen wir hier oben blaue Balken? Oh, ne Sag mich das auf ein Video Mensch Was geht denn heute? Ha In welchem Tunnel sollte ich noch mal hochjagen? It must be plugged up A passage Object Use Use Combine Geht nicht Habe ich mir jedenfalls gedacht Ah, jetzt sieht es irgendwie echt komisch aus Bin mal froh, dass wir andere Gebiete jetzt jedenfalls Jedenfalls haben Bei dem Spiel kriege ich es immerhin, mich zu versprechen Ich habe keine Ahnung Irgendwer darf ich gesoffen Kassen Irgendwie Apfelsaft oder irgendwas in der Art Weil ich trinke ja kein Alkohol sonst Ähöhöhöhöhöhöhöhöhöhö Und ich bin ja so ein Geier. Und ich lasse doch nie im Leben Munition liegen. Das ist wieder Schrotmoni. Ich bin grad... Bin grad im Kreis gelaufen. Ah. Ah. Schön. Pfuh. Da muss doch irgendwie auch was... I can't make out was B1 ist. Ja. Aber was kann ich da wohl anwenden? Ja, doch nochmal hier rein. Objekte... Use geht nicht. Use geht nicht. Use geht nicht. Okay. Ja. Hilft mir... Gar nicht. Äh. Woher bist du? Ich bin in den Garten. Ich muss Allan's Läden. Ich kann dir nicht helfen. Ich bin da im Fort. Aber warum hast du so weit weggegangen? Du bist derjenige, der nicht wollte, dass wir uns zusammenbleiben. Ich weiß, ich weiß. Ich mache manchmal Fehler. Ich mache manchmal. Oh, komm mal. Geh mal. Geh mal. Äh. Ah, er ist im Garten. Ah, ich habe früher den Kerl gespielt. Das weiß ich noch ganz sicher. Und im Garten, da kommt es nämlich diesen Kackhunden da. Da habe ich mich übrigens mal erschrocken. Da liegt so ein... Ja, so ein halb verstümmelter Kerl. Mitten im Garten. Ja. Äh. Ah. Ah, da kann man doch was bedienen. Verzieht ihr ein halb verstümmelter Kerl im Garten? Aber du musst dann reden. Irgendwie. Der ist komplett verblutet. Oder kam mir das nur so... Früher so vor, dass er so am Bluten war. Attack a metallic piece. Ach Gott. Medals. Ah. Instant kill. Oh. I'm so super. Ah, bin ich wieder toll. Oh, geil. Da habe ich auch combine gemacht. Combine. Geht nicht. Oh, genau. Oh, ich finde es toll. Hm. A tripod support made from two pieces. Ja. Wo könnte das nur rein? Das wird doch bestimmt... Hier raus gemacht. Das sieht jedenfalls irgendwie so ein bisschen so aus. Zwei... Ja. Zwei dingiges Ding. Ein ZWEIDINGiges Ding. Oh, das ist wirklich knutsch heute. Das geht ja gar nicht. Kombine. Warum kombinierst du es nicht? Es sieht doch so aus, als ob sowas. Es sieht doch aus, als ob es ein Stück ist. Aber es sieht doch aus, als ob es ein Stück ist. Okay. Nein. Nö. Nein. Es fehlt ein Stück, ja. Da vielleicht. Ich klicke jetzt überall die... Auf der Playstation ist, glaube ich, die X-Taste. Und hier ist es für mich auf dem Xbox-Kontroller die A-Taste. Und ich klicke nochmal auf den Zettel. I will be able to excavate a tunnel through the granite to the gallery with a perforator. Aber er ist zwoche. Vielen Dank.